hallo und herzlich willkommen zu einer folge rocket league mit vier spielern unglaublich und die sind so fasziniert dass sie nicht mit mir reden wollen mohn mohn hallo jetzt doch jüdentag so ganz links bin ich zu sehen dann kommt michi dann kommt felix und dann ganz links bin ich nein es ist bei jedem anders wer wer ist rechts die karre der ausgewiesenen bmw meinst du sind subaru die suche läuft übrigens mich ist der mit dem blitz ich bin der mit dem ufo oder piraten kappe wer hat die esel flagge felix ist esel der spaßte und der mit der coolen flagge das bin ich habe aber die längste flagge ich weiß nicht also wenn ich jetzt ganz genau gucke immer diese vergleiche hier junge aber mein auto sieht doch nicht aus wie ein bmw was ist denn los mit dir das ist eindeutig subaru nein audi alter höchstens nur audi junge junge das ist ein subaru oh man das sieht aus dass das ist eine katze drauf das ist von puma das auto ist von puma hat jetzt auch eine automarkom aus okay wir haben was umgekehrt das erste mal für mich zumindest ein vierer spiel ich habe schon lange nicht mehr gespielt ich habe es mal mit random leuten gespielt wir machen es aber trotzdem dass einer hinten bleibt immer ne jawoll ja mindestens wer ist hinten jetzt ich mache das moment geht einer tritt noch bei wärmer wir haben ein an ich bin mittelfeld ja bei semen profi ich bin sturm könnten ein ki gegner im team schön kruss ich glaube nicht aber ich weiß es nicht weil er wurde ersetzt durch richtigen spieler deswegen die explosion war ein ki gegner gerade eben ich bin so sinnvoll dass ich spiel mit tastatur ne also das ist nicht das gutes daraus ich habe das gefühl dass es leicht ruckelt obwohl ich einen 44er ping habe das ist schon traurig wenn der ping hat anscheinend gar nichts zu sagen in dem game wenn bei diesem spiel dein ding install leckt alter jetzt sind ja zwei spieler mehr als für die berechnung ist sollte das war der perfekte mit ja das war eine granate guck dir das an alle ich mache so den hier und er kommt so alter boots junge hat er rasiert so muss das sein ich bleibe hinten wieder ok wenn das mal kein angriff für felix wir haben ein dreamteam da vorne gefunden anscheinend bei felix man hat sich gerade kaum gehört ne so ist es leise beim du bist echt für leise er braucht doch viel mehr hast du ja felix da viel mehr hast du in der stelle was der geht von mir rein hast du den gesehen das war ein geiler schuss den hab ich gemacht hast du nicht gemacht hast du nicht gemacht genau in die ecke rein ne ich bin hinten das war alles geplant alles geplant alles taktik hast du nicht gemacht hab ich gemacht hast du nicht gemacht doch doch felix hat er oder hat er nicht ich werde von komplett allen leuten gerannt ja das passiert oft gerade wenn acht spieler hier im spiel sind hat er nicht gedacht hab ich ja felix ja felix das war voll oh joh also das ist wirklich ein dreamteam was wir jetzt im team haben also die beiden nach vorne ey felix wir passen so gut zusammen aber jetzt im spiel hoffentlich ich weiß nicht ich hätte dich ja heute abgeholt ich hätte dich ja heute abgeholt aber ok jetzt bin ich hinten jawoll gut gut da vorne gemacht michi wow ja die haben mir in die lücke gelassen felix du bist sogar zu mir nach hinten gekommen weil du mich so magst ne ich wurde voll verdammt falsche richtung wow ok lücke ist da ne noch nicht ich schade dass es keinen vierer wank modus gibt das wäre geil das wäre geil ich weiß nicht schon ob er gewohnt gegen Gatton aber shit ups das ist daneben noh daneben gesprungen wer hat denn da ach der hat einer Flammenspuren das sieht geil aus einer von den Gegnern der braucht brauche ich auch waller nicht hast du nicht gesagt digga waller jungs bitte nein fuck 2 eine Fläche mithil ich bin hinten ich bin schon mithil Oder so. Nochmal Mitte. Nein, doch nicht. Hinten, hinten, hinten. Schön, schön, mich. Ja, gut geklärt. Lärft doch nicht, du Wichse, Alter. Komm her, Junge. Ich f*** dich jetzt in den Ahren aus, Alter. Komm her. Nimm mal diese CSGO-Kiddies, ne? Ja, okay. Einmal nämlich. Ah, ich hab' ihn zerstört, Alter. Mitte! Ne. Ne. Wo? Ups. Hinten aufpassen. Weiß nicht. Hey. War ich nicht. Alles noch gut. Wow. Nein, Michi, danke. Hab' ich. Jetzt verlassen die schon das Spiel, ey. Kein Bock mehr auf uns. Nein! Mein Fehler, mein Fehler. Ich hab' den falsch angespielt. Oh, fehlte ein Clinch. Ja, was ist klein für ein Stückchen? Hier, ich hab' den hier falsch angespielt. Ja, gleich so Gigi schreit, Alter. Ebenfalls. Wie die sich freuen, ne? Äh, Knurzverschieb, ja. Aber ich hab' hier noch nix gemacht im Spiel. Das ist... traurig. Ja, ne? Der Fall des Omnitron. Hey, Mittefeldpass. Ne, ne, sorry. Jetzt versuch' ich mich zu bessern und dann spielt die nicht mit. Schön, Felix. Das war ich. Sorry! Ja. Egal. Aber das ist bei mir am Ruck in das Spiel, ne? Achtung! Woaaah, mies. Wooh, woaa, der ist das immer knapp. Woaah, der ist es mies. Zu viert haben sie's versucht. Der geht so halbwegs Mitte Oh shit, falsche Richtung Der Michi, der geht nicht Ja, falsche Richtung Mein gescheit Mitte Alter, ich Doch keine Schön Junge Jawoll Ja, der geht Ja doch Nice So geht's Ich hab die sogar noch reingeschubst, weil du ihn nicht mehr treffen solltest So wird das gemacht Hat er nicht gemacht Ich bin hinten Anzeige ist raus Anzeige ist raus Ich krieg's noch bei Oh nein Nee, nein geht da nichts Wurde zerstört Wäre eher reingegangen Nein Schade Kannst dich sehen, wurde zerstört Revanche? Ja klar Oho, wie nach oben Okay Okay Jawoll Quengelt da gerade Wohl einer Hm? Quengelt da einer Ein Felix Die wollen alle noch eine Abreibung haben Das finde ich gut Passt doch Das finde ich echt gut Ah, das rote Pferde Messehelf ist hinten Jawoll Vielleicht Wo bist du jetzt nicht so stark bei mir? Du warst du Dumm Papa passt auf Wenn Papa den Ball auch treffen würde Was war das denn? Ey, mach dir einfach eine Vorlage Ich hab ihn nur nach oben geschlagen Das sah mir nicht wirklich nach oben aus Das sah mir einfach nach Das ist doch nicht oben Das ist einfach auf der Stelle bleiben Ja, ein klein bisschen nach oben Ein klein bisschen nach oben Ich bin hinten Oh, mach doch gut Ach, 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 nein Aha Schön, Michi, schön, Junge, schön Nein, da muss ich wein gehen Nein, da muss ich wein gehen Nein, nein, Felix, warum? Tut mir so leid, Franzis Leute Wo? Was? Spielt ihr mich an? Hört auf mich an zu spielen Nein, ich konnte es nicht mehr Ich hatte auch einen Boost Und hätte ein bisschen stärker reinkriegt Ah, scheiße Ah, scheiße Na, guck mal Wie da, ich habe versucht zu klären, weil fliegt wieder zugegen mich, zweimal fliegt er gegen mich Oh, Christian Was soll ich machen? Zweimal ist er gegen mich geflogen Ich bin hinten Ich zeige euch mal, wie man verteidigt Ich zeige euch mal, wie man verteidigt Die alle liegen, Junge Ich bin hinten Ja, die finden uns peinlich So, so macht man das, einfach daneben springen, so macht man das Ja, hab ich gerade auch gemacht Ich auch Müssen nicht alle nachmachen, wisst ihr schon? Ja, nur das Original ist, Lega Ja, also ich Nein, ich bin nicht so rechnen Nein, du bist ein billiger, abklatscht Schön Nein Och, komm Der wird beinahe reingerollt Ja Der war schon so weiß am leuchten Der war schon an der, äh, hier Schön Komm Nein Chris, aber das war voll gut, Mann Ja, das war eigentlich ein guter Angriff, ne Mhm Guter Abschluss, ein bisschen Ähm, keiner am Tor Wollen wir dann mal nicht, wenn der Ball außen irgendwie so ist, auf einer Stelle rumchillen Weil wenn einer nur von denen ist und drei von uns, ich weiß nicht, ob das heute so gut ist, weißt du? Wow, 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 Michi! Ich hatte nur einen Rückwärtsgang, ich konnte nicht so schnell 180 Grad noch Boah, aber der war krass, Mann Na, machen wir Taktik, äh, A Mh, können auch Taktik D ritten machen Okay Ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist Ich nicht Klar Wir sagen, wir machen jetzt einen B-Rush, Leute Mein Gott, ey Ich krieg da echt Krise, wenn mich jetzt noch einer antitscht, ne Dann raste ich aus Recht, außer meiner Fallung So richtig? Ja Boah, schon wieder, okay Jetzt, 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 jetzt Anzeige, jetzt Anzeige, jetzt raus Anzeige, jetzt raus Aus, Junge Wir jetzt alle übertreiben, Alter Einfach nur Mitte, einfach nur Mitte Das ist nicht Mitte Nicht ganz, ne Tatsächlich Das ist... Okay, mit Gewalt, Pressball, komm rein irgendwie Nein, nein Nein! Ich hab dich nicht richtig Schön Komm schon, es ist es wachbar, Mann Ne Achtung, Press Ich bin immer in die Kugel gespürt Nein Nein Ich dachte schon, dass mir fehlt ein Clench Nein Nein Oh Christian, ich glaube, ich habe keinen Ausdruck gerannt, oder? Mhm Du bist der nächste auf meiner Liste Da schon wieder Komm, ein Tor packen wir jetzt wohl noch, oder? Nee, ist vorbei Ich kann auch nicht hören Aus, aus, das Spiel ist aus Wir packen doch jetzt wohl noch ein Tor Nee Okay, warte, warte Hier kommt ein Tor, ja? Dann haben wir ein Tor Nein Oh Mann, ich werde auch kattisch Kommt schon Das gibt's doch nicht Schuss, ihn noch einmal ran Muss, ihn Shit Boah, der ist viel Fahrer Aber ich glaube, wir gehen zum Menü zurück, ne? Ja